Herr Sommer, der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes ist bei uns. Wir freuen uns darüber. Michael Sommer, zunächst einmal herzlich willkommen noch mal hier auf dem Podium. Herr Sommer, also Klage war überfällig. Das ist die Haltung der Gewerkschaften insgesamt. Aber wo ordnen wir uns da ein? Fangen wir mal an, auch mit den Vertretern jetzt der Gewerkschaften, die in solchen Gremien sind. Sie selbst sind es auch. Was sind Sie da? Ich bin Interessenvertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Als solcher bin ich gewählt. Ich bin auch nicht schizophren. Ich gehe dort als Gewerkschaftsvorsitzender hin und vertrete die Interessen von abhängig Beschäftigten. Jedenfalls in meinem Selbstverständnis. Und jetzt fängt schon das erste Problem an. Ich will Ihnen das mal schildern, weil das ist mir alles ein bisschen zu, na sagen wir mal, nicht nur theoretisch, sondern teilweise auch oberflächlich. Als ich das erste Mal in den ZDF-Fernsehrat kam, ich hatte es versäumt, am Vorabend an der Freundeskreissitzung teilzunehmen, musste ich mich orientieren. Und jetzt schalten, will ich nur mal den verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern mal den Sitzungssaal schildern. Das ist eine lange Querbank. Und dann ist wie so eine Fischgabel sind drei Bänke. Und wie von selbst versammelt sich an der einen Bank sehr viel mehr. Das ist der Freundeskreis, der hieß damals noch Koch. Der heißt heute Jung. Und dann gibt es eine Mittelbank, da sitzt vorne der Verwaltungsrat, wenn er da ist. Dann ist eine Pause. Und dann kommen hinten sozusagen die bekannteren ZDF-Gesichter und die sich dafür halten. Und dann gibt es eine dritte Reihe. Da sitzt dann der heutige Freundeskreis Bergmann. Da sitzen heute Linke, Grüne, SPDler. Der ist kleiner als der Schwarze und die sitzen dort. Und als ich mein Abschiedsessen mit dem Herrn Schächter hatte, hier in Berlin, als er als Intendent aufhörte, habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Schächter, wenn Sie einmal zu mir gesagt hätten, setzen Sie sich doch mal in die Mitte, Herr Sommer. Dann hätte ich zu meinem Kollegen vom Beamtenbund, der auf der anderen Seite sitzt, der auch Interessenvertreter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist, jedenfalls sagt er das, gesagt, komm, wir setzen uns mal in die Mitte. Und dann hätte man vieles auflösen können. Was ich damit sagen will, ist, es hat auch etwas mit dem Selbstbewusstsein zu tun, wo man ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn Sie Einfluss nehmen wollen in einem solchen Gremium, dann werden Sie sich einem Freundeskreis zuordnen. Die FDP hat das übrigens so gemacht, die hatten immer zwei Vertreter drin. Bei uns saß der Herr Brüderle im linken Freundeskreis und der Herr Westerwelle im rechten Freundeskreis. Nur mal, um das mal ganz praktisch zu schildern, damit wir hier nicht nur immer so wie die Blinden von der Farbe reden. Aber wenn Sie zum Beispiel wollen, dass Sie sagen, ich will tatsächlich Einfluss nehmen, zum Beispiel auf programmliche Fragen. Das war zum Beispiel mein Ziel. Und ich habe gesagt, ich würde ganz gerne in den Chefredaktionsausschuss. Das ist der Ausschuss, der sich befasst mit allen Obliegenheiten des Chefredakteurs, das heißt Politik und Sport und das andere ist der Programmausschuss Programmdirektor, die machen Kultur und sowas und bunte Welle und alles Weitere. Ich will das gar nicht missachten, beides sind wichtige Programmbestandteile. Ich wollte aber in den Chefredaktionsausschuss. Sie kommen in den Chefredaktionsausschuss nur, wenn Sie vorher A, die Abstimmung gewonnen haben, innerhalb des Freundeskreises, weil da gibt es mehr als einen, der da kandidiert. Und zum Zweiten muss es dann auch eine Verständigung geben mit dem anderen Freundeskreis, die nämlich die 3,5 Mehrheit zum Beispiel über den ZDF stellen, die dann sagen, wir wählen den mit oder wir wählen den nicht mit. Ich will Ihnen nur mal sagen, was da sich stattfindet. Und dann ging es bei mir, ich mache Ihnen das ganz persönlich, um die Frage, komme ich denn überhaupt in die Kandidatur? Und dann habe ich gesagt, ich kann mich auch in die Mitte setzen. Was ich dann in dem Chefredaktionsausschuss mache, ist, ich vertrete dort nicht rot-grün oder rot, sondern ich vertrete zum Beispiel in meinem Selbstverständnis die Interessen derer, die ich zu vertreten habe, zum Beispiel die Frage, ob zum Arbeitnehmerinteressen überhaupt eine Relevanz haben dort oder nicht. Und ich erlaube mir ab und zu auch mal zum Beispiel Frontal 21 zu verteidigen. Die werden nämlich systematisch seit mehreren Jahren mit Programmbeschwerden von der rechten Seite überzogen, um die Mund tot zu machen. Und bislang haben wir das verhindert, im Chefredaktionsausschuss die Mund tot zu machen. Ich rede jetzt mal bewusst mal ein bisschen über die Praxis. Und dann werde ich Anlass nehmen, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der ARD wäre, würde ich mal nachfragen, sagen Sie mal, finden Sie das eigentlich gerechtfertigt, zum 75. Jahrestag der Reichsprogramm-Nacht gerade einen Film über Rommel im ersten deutschen Fernsehen zu zeigen, ja, so eine Frage kann man stellen, muss man stellen und die stellen wir auch. Ich will nur deutlich machen, die Freundeskreise sind der eine Teil, wo man sich auch verständigt, wo wir auch sehr ernsthafte Diskussionen miteinander führen, wie man was macht, aber sie sind zugleich natürlich auch in einem solchen Krimien, das sind 75 oder 77 Menschen, sozusagen auch ein Machtinstrument. Und wenn wir dieses zum Beispiel nicht hätten, mach das mal ganz praktisch, dann würden wir zum Beispiel von einer schwarzen Welle überrollt. Und die gibt es beim ZDF, die Mehrheitsverhältnisse sind eindeutig, wir hatten sogar Zeiten, wo die selber die volle 3,5. Mehrheit stellten und wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr mitbestimmen konnten, faktisch, wer neuer Intendant wird oder nicht. Wir haben uns Gott sei Dank informell verständigt, aber die hätten durchziehen können. Jetzt ziehen wir einen Strich drunter, danke für diesen Ausflug in die Praxis, das macht das nochmal sehr anschaulich, ziehen wir einen Strich drunter und sagen, so, was müsste sich denn ändern? ZDF ist die eine Folie, vor der wir diskutieren, aber wir diskutieren ja insgesamt öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die Verfasstheit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Die Notwendigkeit müssen wir beide nicht diskutieren. Ich würde mal Folgendes sagen, für mich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk erstmal grundsätzlich nicht der Gegenentwurf zu dem, was wir jetzt heute beklagen und wo man nachstellen muss. Da komme ich gleich zu. Für mich ist das erstmal der Gegenentwurf zu Goebbels und Schnitzler. Das ist nämlich der Begriff von Staatsferne. Wir wollten eben bewusst keinen Staatsrundfunk, kein Propagandaorgan, wo das Massenmedium Fernsehen dann dem neuen Generalsekretär der SED die Glückwünsche des Fernsehpublikums überbringt. Das wollten wir nicht. Sondern was wir wollten, war einen staatsfernen, gesellschaftlich finanzierten und kontrollierten Rundfunk und später Fernsehen. Dazu gehören für mich ohne Frage die Organisationen, die in diesem Land Verfassungsrang haben. Das sind zum Beispiel die Verbände der Wirtschaft. Das sind die Verbände der Arbeitnehmer. Neuen Absatz 3 Grundgesetz. Die Parteien sind ausdrücklich im Grundgesetz genannt. Ich würde sie auch nicht aussperren aus der Gesellschaft. Nur was sie nicht sind, wir alle sind nicht die Gesellschaft. So, und jetzt sage ich Ihnen, weil mich das auch furchtbar ärgert, auch vorhin, dann hörte ich RBB, Transparenz und so. Ich mache Ihnen das nochmal am praktischen Beispiel, was mich ärgert und wo ich sage, ich glaube, da versagen Gremien. Ich, in meiner hübschen Heimatstadt Berlin, die ich sehr liebe, gibt es einen meinen Heimatsender, der heißt RBB. Dieser RBB hat eine Programmdirektorin, von der ich per Zufall mal erfahren habe, nämlich, weil ich mal zeitgleich in der katholischen Akademie tagte hier in Berlin mit einer DGB-Arbeitsgruppe, die ist gleichzeitig auch die Rundfunkbeauftragte der katholischen Kirche. Und seitdem wundere ich mich nicht mehr, dass in einer so atheistischen Stadt wie Berlin ich übermäßig häufiger Kardinal Woelki als zum Beispiel die DGB-Vorsitzende sehe. Um mal nur so ein Beispiel zu nennen. Und auch darüber wird dann gerne mal der Mantel des Verdeckens, weil man doch, kann man doch so schön auf die Parteien und auf die Ministerpräsidenten. Für mich heißt Gesellschaft, dass wir die Gesellschaft abbilden. Und die Fragestellung, die wir eben hatten, zum Beispiel mit den Migranten oder der Frau Steinbach für die Vertriebenen, die halte ich schon für relevant. Nur Sie werden die Frau Steinbach unter anderem deshalb nicht rauskriegen, weil sie ja zugleich einen zweiten CDU-Sitz darstellt. Das sind die Mechanismen. Und darüber zu reden und das, was Kurt Beck angesprochen hat, ob man nicht dann über die Staatsverträge dann sagt, wir sortieren die Bänke neu. Das ist eine Frage, die sollte man wirklich ernsthaft stellen. Und dann auch die Zahl der unmittelbaren Staatsvertreter. Und dann würde ich mich ganz gerne noch gleich noch streiten mit dem Herrn Professor darüber, was denn Staatsvertreter sind. Eben, machen wir es direkt. Ob das die Professoren sind oder nicht. Das würde mich übrigens auch interessieren. Das sind ja Staatsdiener, bekanntlicherweise. Also das heißt, Sie widersprechen Gerstorf und sagen, die drei Bänke, die Sie gerade genannt haben, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik, das sind die Entscheidenden. Und die müssen in der Pluralität dann was abbilden? Oder wie läuft das praktisch? Ich wollte nur sagen, die rauszuschmeißen zu wollen, halte ich zum Beispiel mit dem Grundgesetz schwierig vereinbar. Aber wir sind doch nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist doch wesentlich mehr. Die Gesellschaft sind übrigens auch Journalistenverbände. Die Gesellschaft sind auch Interessenvertreter, die zum Beispiel Medien produzieren, Produzenten und ähnliches mehr. Das sind ganz normale Menschen, die sich vertreten fühlen und wir sind in einer Gesellschaft, die sich ja organisiert hat in Verbänden, Organisationen, mittlerweile auch Bürgerinitiativen. Und dann muss man sehen, ob man jeweils mit der Gesetzgebung auf der Höhe der Zeit bleibt. Und ich glaube zum Beispiel bei der Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates müsste man die Höhe der Zeit mal überprüfen. Ich mache das nur an dem Beispiel, weil ich den relativ gut überblicken kann. Da sind Organisationen drin, die sicherlich ihre historische Bedeutung hatten, aber die sagen wir mal 21 Jahre nach der deutschen Nachbeginn oder 23 Jahre nach der deutschen Einheit wahrscheinlich eher eine historische Funktion haben wie der Bund der Verfolgten durch die Stalinisten. Der ist damals reingekommen im ZDF-Fernsehrat, der ist heute immer noch drin. Und so könnte ich Ihnen das weiter schildern. Ich glaube, man muss das einfach anpassen und gleichzeitig sagen, wir haben ganz offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass der Staatseinfluss beherrschend ist. Nur dann lassen Sie mich auch an der Stelle mal über den Mechanismus reden. Der Staatseinfluss wird sicherlich am Fall Brenner, wurde der ausgeübt von Herrn Koch. Der Staatseinfluss im Alltäglichen wird ausgeübt durch die Chefs der Staatskanzleien. Und das kann man auch namentlich machen. Die sind diejenigen, die versuchen die Strippen zu ziehen, nicht immer erfolgreich. Wir wehren uns auch teilweise, um das auch mal zu sagen. Aber der Versuch läuft von Sitzung zu Sitzung. Dort wird, gerade weil das ZDF ja auch so eine Länderanstalt ist und natürlich die Länderinteressen berücksichtigen muss und natürlich auch die Gesetzgebung der Länder und die Mehrheiten in den Ländern und so weiter und so fort alles mit berücksichtigen muss, gibt es zum Beispiel einen faktischen Einfluss der Vertreter der Staatskanzleien, der größer ist als zum Beispiel der Vertreter von Wissenschaft und Kunst, um das mal nur an dem Beispiel zu sagen. Und darüber müsste man reden, auch im Detail und das können Sie sicherlich darüber machen, dass Sie auch die Zahl reduzieren, um die Gegengewichte zu stellen und es hat meines Erachtens auch sehr viel damit zu tun, mit dem Selbstverständnis man da reingeht. Ich gehe zum Beispiel in das ZDF rein, möglicherweise anders als mein Kollege vom Beamtenbund, als Vertreter eines Einheitsgewerkschaftsgedankens. Und ich bin durchaus in der Lage, das auch dann zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich mich bewusst, auch aus Gründen der Durchsetzungsfähigkeit, übrigens auch aus Gründen der Sympathie, dem Freundeskreis der Linken zugeordnet. Aber der linken Freundeskreis, um das mal ganz deutlich zu machen, ist ein bisschen breiter als der rechte Freundeskreis. Denn wir haben zum Beispiel die Vertreter der Grünen da drin, wir haben die Vertreter der SPD da drin, wir haben die Vertreter der Linkspartei da drin und der FDP. Was? Und der FDP. Ich weiß nicht, ich glaube, der Brüderl ist jetzt raus, aber der ist dann raus und dann hat der Generalsekretär, Herr Döring ist dann nachgerückt, der Parteien, der ist dann gleich auf die richtige Seite gegangen. Aber nur nochmal ein letztes Wort zu den Parteienvertretern. Was, glaube ich, nicht geht, um das auch ganz praktisch zu sagen, ist, dass man vor Bundestagswahlen und nach Bundestagswahlen sozusagen in so einem entscheidenden Ausschuss wie dem Chefredaktionsausschuss dann die Generalsekretär der Parteien das Wort führen lässt. Ich will Ihnen sagen, ich habe das 2009, 2010 verhindert, indem ich gesagt habe, wir diskutieren, da war eine Situation, das Leben ist ja immer konkret. Da ging es darum, wir werten mal aus, haben die neuen Formen sich bewährt, sind die Programmplätze richtig, gucken die Leute um 20 Uhr oder gucken sie heute erst um 21 Uhr und so weiter. So eine ganz praktischen Fragen, die aber nicht unwichtig sind im politischen Meinungsbildungsprozess. Und dann wurde von uns, wurde von vorne gesagt, von dem Vorsitzenden des Ausschusses übrigens, Vertreter des Arbeitgeberverbandes, damals wurde gesagt, wissen Sie, Herr Sommer, wir können das heute nicht machen, die Generalsekretäre der Parteien sind nicht da, die waren verhindert, aus welchem Grund auch immer, habe ich gesagt, doch, wir machen es gerade heute. Um das auch zu sagen, das hat auch etwas damit zu tun, mit welchem Selbstverständnis in diesen Gremien gearbeitet wird. Es gibt zwei Seiten, es gibt Konstruktionsmängel, wo man nacharbeiten muss und es gibt Praxismängel, an denen man arbeiten kann täglich. Dankeschön, Sie nehmen Platz hier in unserer Runde. Dankeschön.